Okay, die treffen mich. Das ist nicht ganz so cool. Und hier geht es auch nicht weiter. Boah. Komm, schieß mich ab. Okay. Hallo, ich habe doch geblockt. Da kann ich nicht hoch, da kann ich nicht hoch. Verdammt, wo kann ich denn hoch? Habe ich hier irgendwas übersehen? Nein, nein. Da könnte ich auch nichts machen. Hier kann ich auch nichts machen. Nichts, nichts, nichts. Nichts. Nichts mehr. Nichts mehr. Da kann ich auch nichts machen. Das geht mich so langsam etwas auf. Ja, da kann ich auch nichts machen. Oh mein Gott, wie billig. Oh mein Gott. Wie bescheuert. Nichts mehr. Nichts mehr. Lauf. Aua. Wow Juhu, ich hab's geschafft. Wie schön. Na, es war aber wirklich knapp, muss ich ehrlich sagen. Naja, zumindest hab ich jetzt wieder genügend Leben. Es ist schon mal was, dann bekomm ich wirklich noch gleich was. Aber erstmal... Boah, ich kann mit dem Controller einfach nicht zielen. Tut mir leid, Leute. Was hat mir das jetzt gebracht? Jo. Hm. Geschafft. Gut. Super. Ach. Hier hab ich alles. Hier hab ich alles. Klein werden. Hier hab ich alles. Und ich kann das Ventil drehen. Ach mein Gott. Ein kurzzeitiger Rückschlag. Ein kleines Hindernis. Eine banale Hemmung. Ich mach einfach weiter. Mit dir befasse ich mich später, Alice. Unseren grandiosen Plan hältst du niemals auf. Was für ein Plan. Das ist jetzt die große Frage. Was für ein Plan. Auf jeden Fall ist die Rollstuhlharte mir nicht bei heuer. Hier kann ich das machen. Ich kann nur den hier übertätigen. Ah, Müllschlucker. Ja. Das ist schon mal schön. Was muss ich jetzt für noch machen? In den Müllschlucker oder wie? Scheinbar. Ab in den Müllschlucker. Mobilität wäre auch sehr nett. Erwarte keinen Dank von mir, bevor ich nicht wieder vollständig bin. Kein Ausruhen auf Lorbeeren. Sekretär. Schießelungen. Klappe. Oh Gott. Okay, was ist los mit ihm? Na komm. Alle Zähne mitnehmen. Ah. Mein lieber Hut. Ja. Hallo, ich brauch meinen Hut. Jetzt lauf. Kann ich dich irgendwie mitnehmen? Nein. Gut. Oder schlecht. Schau da auf. Schau nach Schaltern auf die du schießen kannst. Okay. Nein. 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 L.T. Ah. Was soll mir das jetzt sagen? Montage oder Zerstörung nach Bedarf. Nein. Hm. Wieso nur? Wieso bin ich so scheiße, so scheiße, so scheiße, so scheiße, so scheiße, so scheiße bin ich doch nie. Hier komm ich garantiert nicht hin. Aufdrehen und niederdrücken. Jo. Hallo. Wir nehmen dann alles mit, ja? Okay Hier komme ich scheinbar auch nicht weiter Was das auch immer zu bedeuten hat Boah, das Spiel macht mich fertig Ich weiß nie Wo ich hin muss Ah, wir haben hier noch einen Gut Jetzt muss ich scheinbar noch Die Beine vom Hutmacher holen Dann alles wieder zusammensetzen Und dann war es das Mit dem Hutmacher Aufdrucken und niederhauen Was sagt denn die Katze zu dir aus? Was soll mir das jetzt sagen? Ich weiß es doch nicht Nicht Bist Nein Ihr habt es nicht gesehen, eindeutig nicht. Oh, da habe ich noch genau. Okay, wow. Der will mich also bescheißen, sozusagen. Das ist doch jetzt nicht der Ernst von denen. Aze? Wow. Gut, hier muss ich jetzt durch. Nein, das war zu langsam. Das war zu scheiße. So. Lauf. Jetzt noch nicht. Jetzt. Nein. Das Spiel ist doch zum Verzweifeln. So. Zack, zack. Zack, zack. Lauf schön weiter. Zack, zack. Und. Gut. Gut, gut, gut. Da unten geht es rein. Hier geht es auch noch um die Teilen. Gucken wir doch erstmal, was hier so ist. agar, guck mal. Bis zum nächsten Mal.